Die Frau kocht die Suppe Die Frau kochte die Suppe und die Frau hat die Suppe gekocht. Die Frau bereitet das Essen zu. Die Frau wäscht die Wäsche. Die Frau hat die Wäsche gewaschen. Die Frau putzt das Fenster. Die Frau putzte das Fenster. Die Frau hat das Fenster geprüft. So, ihr müsst ein Kärtchen nehmen, das Kärtchen zeigen und sagt ihr, was macht ihr jeden Tag? Oft, manchmal, ab und zu oder selten. Die Frau hat das Fenster geprüft. Mache ich zu Hause. Hallo, ich bin Rolf Käfen. Ich helfe meiner Oma zu Hause. Für Weihnachten gibt es viel Arbeit. Ich putze das Fenster. Ich wische den Staub. Ich putze das Fenster. Ich putze das Fenster. Meine Oma ist sehr zufrieden. Hoffentlich. Ich putze das fenster. Untertitelung des ZDF, 2020